Die Audi Golf News von den Unicredit Ladies German Open, presented by Audi. Die Unicredit Ladies German Open, presented by Audi. Die deutsche Elite gegen die internationalen Topstars. Weltklasse-Sport im Golfpark Guthäusern. Favoritensieg oder Außenseitererfolg? Deutlicher Vorsprung oder Stechen? Die Antworten darauf gibt es in den Audi Golf News. Hintergrundstories, Ungewöhnliches, Highlights und Emotionen rund um das Erfolgsturnier im Norden von München. Vom 30. Mai bis zum 2. Juni werden die Unicredit Ladies German Open presented by Audi. Ein erneutes Highlight im internationalen Turnierkalender der Proetten. Unter anderem mit dabei die Siegerinnen der vergangenen Jahre, Laura Davis, Diana Luna und Anne-Lise Codal. Die besten Proetten der Welt, bei dem Unicredit Ladies German Open, presented by Audi. Täglich in den Audi Golf News. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020